Hier ist der Chef-Analyst Volko Pispos! Dankeschön. Was ist das da, was wir da erleben in Griechenland, Italien? Ist das jetzt kapitalistische Misswirtschaft? Ich meine, gibt es das überhaupt? Darf es das überhaupt geben? Misswirtschaft, das ist doch Sozialismus, oder? Das ist doch das Monopol. Sozialistische Misswirtschaft, die kennen wir alle. Wir haben doch die Bilder noch vor Augen, als diese Mauer aufging. Diese schrecklichen Bilder, die keiner vergessen kann. Kram gebeugte, vom Kommunismus gebrochene Menschen. Elendswirken, so weit das Auge reichte, mit Zeltstätten bis zum Horizont. In den großen Städten Obdachlose, die langen Schlangen an Suppenküchen angestanden haben, um eine einzige warme Mahlzeit zu kriegen. Leute ohne Krankenversicherung, Leute ohne Zähne. Das waren Bilder wie aus den USA. Moment, Moment, Moment. Ich bin in dem falschen Film gelandet. Obdachlose ohne Zähne war USA, DDR war ohne Bananen. Ja, die Menschen in der DDR hatten keine Luxusgüter, das ist richtig. Aber was die hatten, das war bezahlt. Nehmen Sie mal Düsseldorf in der Schickimicki-Szene, den Typen alles ab, was noch nicht bezahlt ist. Dann sieht es da auch aus wie in der DDR, meine Damen und Herren. Mich hat mal, mich hat mal eine Frau in der Reinigung gefragt in Düsseldorf. Herr Pispas, wissen Sie, warum ich so viele mit den dicken Autos rumfahre, Maserati, Bugatti und so weiter? Weil man Straßenbahn nicht auf Pump fahren kann. Sozialismus ist Misswirtschaft, aber freie Marktwirtschaft, das ist Pump. Das sind Schulden. Die Schulden sind der Treibstoff der freien Marktwirtschaft. Wir haben das ja alles nur auf Schulden aufgebaut. Denn die freie Marktwirtschaft lebt davon, dass man Dinge kauft, die man nicht braucht, von Geld, das man nicht hat. Und dazu gibt es die passende Werbung. Ich erinnere mich an eine Werbung im Kino früher, Überziehen ist in. Da ging es nicht um Kondome. Da ging es um das Girokonto. Eine andere Werbung sagt, Leben Sie jetzt, zahlen Sie später. Und das hat immer funktioniert. Die Banken haben profitiert, sie haben die Zinsen kassiert, die Hersteller haben die Waren verkauft. Und der Mensch hat das Gefühl von Glück durch Konsum. Alles ist wunderbar, bis zu dem Tag, den Sie in der Werbung später nennen. Und dieses später kommt meist früher als gedacht. Und dann ist es zu spät. Erst wenn man knietief im Dispo steht, dann begreift man die doppelte Bedeutung von Dispo. Man ist im Arsch. 10 Prozent. 10 Prozent der deutschen Haushalte sind so überschuldet, dass selbst Peter Zweigart nur noch die Hände heben kann. 70 Prozent der Schulden haben die bei den Banken. Hier ein ganz prominenter Fall. Franyo Poth, den kennen Sie doch noch. Das ist das Lebensgefährd von Verona Feldbusch. Der hatte bei der Stadtsparkasse Düsseldorf 10 Millionen Euro Schulden aufgehäuft. Darauf wurden jedes Jahr etwa 700.000 Euro Zinsen fällig. Selbst für sein Frauchen ein zu großer Blub. Und dann hat die Stadtsparkasse einen Deal gemacht. Die Stadtsparkasse hat gesagt, okay, du zahlst 1,5 Millionen Euro zurück und den Rest vergessen wir einfach. Das nennt man einen Schuldenschnitt. Nach dem Motto, lieber 15 Prozent kriegen, als überhaupt nichts. Und das konnte die Stadtsparkasse Düsseldorf sich auch leisten. Hätte der Franyo Poth jetzt aber Papa Andreo, Papa Damos oder Papa Irgendwatt geheißen und helst der Stadt 10 Millionen Euro 10 Milliarden Euro Schulden bei der Stadtsparkasse Düsseldorf gehabt, dann hätten die nach dem Staat rufen müssen, um sie zu retten. Denn das ist die Grundregel. Wenn auf dem Kreditvertrag und hinter den Schreibtischen zu viele Nullen im Spiel sind, dann gilt die alte Regel, Eltern haften für ihre Kinder und Steuerzahler haften für ihre Kindsköppe. Denn wenn die Gewinne als Dividenden verteilt werden und die Verluste vom Steuerzahler getragen werden, das nennt man freie Marktwirtschaft. Man kann auch sagen, unternehmerisches Risiko. Denn auch im Kapitalismus muss am Schluss die Zeche bezahlt werden. Und die bezahlt meistens nicht der, der sich vorher gut vollgefressen hat. Sehen Sie, wenn der kleine Mann seinem Kumpel 10.000 Euro leiht und der Kumpel kann das Geld nicht zurückzahlen, dann hat der kleine Mann die Arschkarte. Wenn die Bank den Griechen 100 Milliarden Euro leiht und die Griechen das nicht zurückzahlen können, hat wieder der kleine Mann die Arschkarte. Der kleine Mann hat immer die Arschkarte. Denn der kleine Mann ist die Arschkarte, meine Damen und Herren. Und diese Arschkarte wird immer dann gespielt, wenn alles andere verzockt ist. Und jetzt sagt der Schäuble, wir müssen aufhören mit dem Pumpkapitalismus. Ausgerechnet der Schäuble, der die deutsche Einheit damals federführend komplett mit Schulden finanziert hat. Mit gigantischen Schulden, von denen wir nicht einen einzigen Cent zurückgezahlt haben in der Zwischenzeit. Das ganze Wachstum der letzten 30 Jahre in Westeuropa und in den USA ist mit Schulden finanziert worden. Jetzt haben wir eine Schuldenkrise. Wie wollen die aus der Schuldenkrise raus? Durch Wachstum. Wie wollen die das Wachstum finanzieren? Durch Schulden. Kennst du das Lied, ein Loch ist im Eimer? Dass die freie Marktwirtschaft Wohlstand für alle herstellen kann, das ist eine Halluzination, die wir mit der süßen Droge Schulden hervorrufen. Diese Droge war immer verfügbar beim Dealer, dem Banker. Und jetzt jammert der Dealer, dass der Süchtige die Drogen nicht mehr bezahlen kann. Denn der Preis für die Drogeschulden sind die Zinsen. Und auf die kann der Dealer nicht verzichten. Und der Staat kann auf den Dealer nicht verzichten. Denn der Dealer ist systemrelevant. Bluten muss der kleine Mann. Der darf jetzt durch kalten Entzug seine Lebensstandard verlieren. Sehen Sie, in dieser Krise ist nur eines sicher. Auch der nächste finanzpolitische Befreiungsschlag wird zielsicher in der Magengrube der kleinen Leute landen. Hau rein!